hallo liebe freunde heute fangen wir an diesen baum stumpf hier zu entfernen und aber als erstes machen wir hier mit erstmal entfernen wir das hier komplett das ist so ein wild gewachsener kleiner nussbaum der ist auch noch kleiner die entfernen wir erst mal mit dem kleinen schreitblogger das war einfach jetzt gehen wir an dem hier der wird bisschen schwieriger bis zum nächsten Mal Untertitelung des ZDF, 2020 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 So liebe Freunde, jetzt habe ich hier schon ziemlich tiefes Loch gemacht, aber die Baumwurzel bewegt sich nicht ein Stückchen, ich zeige euch mal wie tief, so sieht man das gar nicht, ich gehe mal da rein, bis hier unten hin in die Wurzel, bis hier unten hin in die Wurzel. Untertitelung des ZDF, 2020 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 So sieht das aus. Da unten ist es noch. Irgendwie geht das so irgendwie längs. Jetzt muss ich noch weiter graben. Das war's für heute. Ich bin jetzt schon wieder mit dem Sitzschild. Ich habe mich schon wieder mit dem Sitzschild. Ich habe mich nur noch. Ich habe mich schon wieder mit dem Sitzschild. Ich habe mich schon wieder mit dem Sitzschild. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020